Der hat den jetzt abgeknallt? Ich wollte mir in der Gihad reinlaufen Der hat den jetzt abgeknallt? Ich? Ja Der ist auf seinem Gammelturm der Turmleuchter Ach der war noch... Achso! Du wusstest gar nicht, dass du noch am Leben bist Um ehrlich zu sein Hätten mal den Zirkus endlich gemacht, mit Gedura gehe ich rein Alter, da hinten ist schon wieder Aufstand Ich wusste es, als ich schon gesehen hab Der Road will euch da rein folgen Ich wusste, er will da rein und euch einfach nur abknallen Du musst auf dem Haus was auslehnen Ey, könnt ihr mal damit aufhören? Ja echt Ja ich hab die aber gar nicht Nervt richtig krass Ey wo sind die Dings hin? Die Waffen Ah, ne Ja Ihr könnt mir dieser Runde wieder vertrauen Ich bin wieder innocent Ich traue hier niemandem Alter, da ist weggestorben Das weggestorben Du hast gehört Guckt alle auf mich Leute, ihr könnt mir vertrauen Denn ich bin ein Heiliger Ich bin ein Heiliger Ja genau Du bist ein Heiliger? Ja ich bin in der Luft Ja gut, dann bist du Traitor Ich hab das gefühlt, dass Vorge runtergeschubst wurde Vorge tot? Ja der ist runtergefallen Alter Falsch Alter was passiert? Wer war's denn? Newsome Nein Bitte Ja Der hat nur sehr schlecht gezielt irgendwie Obwohl er direkt neben mir stand Du hättest es aufm Kopf ziehen müssen Junge Hab ich ja aber er ist in dem Moment weggegangen Und irgendwie ist die Snipe auch behindert Wenn man rechts klickt, drückt, dauert das vier Sekunden bis der vom Zoom weggeht ey Ja das ist echt abpack Voll der Scheiß Ja man kann doch nicht mal ähm Quicks kaufen, ne? Voll kleiner Vier, Alter Lass mich bei der See zocken Das geht zwar bei Infestation besser und das würde schon was heißen Hallo Ey wie Juice denn da rumschlick Die regeneriert sich jetzt aber schon Okay gut Also ihr könnt mir auch diese Runde wieder vollkommen vertrauen Ja Ich bin innocent Der News ist schon wieder Detektiv Ich bin so innocent, als wär ich ein Smoothie ey Warte mal der Clurex war lang nicht mehr, ne? Der müsste ja jetzt eigentlich auch wieder drankommen Ja eigentlich schon, lass mal Render bieten Ja Render bieten Lass mal einfach umbringen Der News ist, der kommt zu mir, kill mich Also ich bin Detektiv Und ich mach jetzt ne Regel, jeder der ein X am Ende hat, darf erschossen werden Alter ich bin auch noch nicht schön, ich komm nicht mehr in den Turm rein Also auf jeden Fall schon was für den Fair Nox Ich bin Detektiv Alter Alter Ey das war ich nicht Das hast du gesehen Na ja Juice im Werft hier mit den Granaten rum Ja dann knall den ab Ja dann wissen wir ja Bescheid Ja ja Guck, er wolltest am Anfang auf mich schieben Das war's wirklich nett Aua Aua Kommen wir rein Oh das war aber nett Ja Ihr könnt mir ja vertrauen Ich bin in dieser Runde innocent Ich bin runtergeführt Da könnt ihr mir ja wirklich vertrauen Ey guckt der Snipe wer Ja Scheiße Sehr schön Sorry Ja warum wirst du auch mit Granaten rum wenn du innocent bist Wer hat den, wer hat den gekillt? Auf dem einfachen Grund weil ich nicht wollte dass doch jemand da aufkommt Ey ich bist tot sei denn ruhig Ja also Fritzel Wer hat wen gekillt? Ich hab vorhin den Verdacht auf Roach Ich hab Ducem gekillt weil ich dachte er ist Trailer die ganze Zeit mit Granaten rum Ich bin vorhin runtergeflogen da ist sogar eine Blutspur unten an der Leiter Äh Ich glaub gar keinen Also mir könnt ihr vertrauen ich bin innocent Das hast du schon die ganze Zeit Ich weiß nicht warum ich glaube es ist Roach Weil Warum denn Ich kann dir sagen warum weil du gerade die ganze Zeit auf mich gezielt hast und dann auf Fritzel Das war für mich so ein Zeichen So machen wir gucken der gerade weit weg ist Meinst du? Nein Andere Menschen sind Roach Keks Meinst du wer war's? Alter Von mir aus können wir auch einen Traitor Test machen Meinst du wer war's? Dann einfach mal aufm linken Ey der Fritte hat geschossen Alter wer schießt da? Der Fritte der Fritte Na chill das war taktisch Das ist der einzigste den der Striper hat Ich dachte ich kann Roach nervös machen wenn er Traitor ist Aber es ging nicht auf Ey weil ich nicht Traitor bin man Dann Dann kommt gleich eine TNT Lorau wieder raus glaube ich Alter dann kann Dann kann nur Clurex Dann kann nur Clurex das sein Ich bin Fritte schiebt das die ganze Zeit auf mich Habt ihr das schon gemerkt? Nein ich hab's die ganze Zeit auf Ducem geschoben Dann auf Roach und dann auf dich Und dafür auffällig oft betont Dass ich innocent bin Das ist sogar zu Nils Nils lebst du noch? Ja Nils ist hier Roach ist da oben War unheimlich gerade Ja schon So dass wir hier viel da die ganze Zeit rumrennen Das ist so als wären wir vier Radfahrer an der Spitze Und wissen genau einer ist gelobt Und keiner weiß wer Ah Da oben ist irgendjemand gestorben Glaube ich Oh Clurex ist tot Ne ich bin mit Forge hier Ich dachte der wäre gerade irgendeine Granate Alter War so klar Ey man Nils das war jetzt total unfair Ne du hast eine Granate geworfen Nein hab ich nicht Ne das war ich nicht Achso ja Sorry Ducem Oh man Das wär so cool gewesen Clurex schnellt wieder anab Wär so cool gewesen Oh ich bin so leger Halt die Fresse du Bastard Ich fick deine Mutter Da hab ich meine Zweifel Ach ja hast ja keiner Ach dann hol ihren Job Alter man sagt nix was war ist Alter man sagt nix was war ist Hä das ist auch bei der Box Was war ist Was war ist Voll ernst Ey braucht jetzt nicht drüber lachen Ok tut mir leid Ganz ehrlich das find ich jetzt richtig scheiße Also ey Leute Mal eine ganz kurze Sache Ihr müsst mich nicht abteilen Nur weil ich hier oben auf dem Turm stehe Ja du standst nicht nur auf dem Turm Du hast mit Granat die ganze Zeit geworfen Ja den Turm runter geworfen Ja gut das sah halt für mich so aus als willst du verhindern dass ich da hochkomme Oder willst du mich umbringen oder sonst Ja ich wollte dich auch verhindern dass ihr hochkommt Ja toll Wer ist eigentlich diese Ich nicht ich bin Inno Ich nicht aber ihr könnt mir trotzdem wieder mal vertrauen Ey Yusim ist runter geflogen Yusim Yusim ist runter geflogen Yusim ist runter geflogen Ja weil mich irgendjemand da runter geworfen hat Bist du tot Yusim? Nein Ich lebe noch Der Inno den die Innos vertrauen Ich bin ins Wasser gefallen Nils war bei mir Ja Der kanns nicht sein Roach ist zu leise Er fliegt nach oben Das hast du gesehen Fritzel Fritzel du hast es gesehen Was? Alt und eh Wer ist es? Mr.Ghost Hey Mr.Ghost Hey Mr.Ghost Ey wir haben neun hier drin Wir haben guck mal guck mal tab Vengi Lord auch noch Vengi Lord auch noch Vengi Lord auch noch Mr.Ghost Aha Also können das auch andere gewesen sein Vengi Lord Wer ist Vengi Lord Wo ist der? Wo ist der? Ohhhhh Ey der Roach Und was machst du? Warum ballerst du so? Warum ballerst du so? Roach Ich kann den Roach jetzt einfach mal ab ne Ich kann den Roach jetzt einfach mal ab ne Ich kann den Roach jetzt einfach mal ab ne Ich glaube der hat wieder Tabletten genommen die der gefunden hat Alter Der ist 100 pro Traitor Der ist 100 pro Traitor Der ist 100 pro Traitor Da unten schießt einer Da unten schießt einer Das bin ich gewesen Warnschuss Wieso du? Bist du noch am Leben? Warnschuss Ich hab nur Warnschuss gegeben Du hast mich voll abgeschossen Junge Ich hab nur 50% Health Was? Nein Nein Auf ihn Nein Leute Ich bin Inno Wirklich Auf ihn Nixter Inno Doch bin ich Aua Ich bin wirklich Inno Fritte Fritte Was? Der hat auf mich geschossen Der hat auf mich grad geschossen man Warnschuss Ducem Ja Ach sorry sorry ich dachte Ducem wir weg Verpiss dich Roach Verpiss dich Roach Drück ab Frit hat grad echt auf mich geschossen Eeeee Was war Ducem Ich schwöre Nein Ich sag es ist Roach Gut Linferno schießt auf웅 nich Also Stirb ja auch Roach bist so ein dreckiges, elendes Mistvieh da denkt man einmal der außenseiter ist es nicht was mache ich jetzt ja komm raus damit du sterben kannst jetzt kann ich schlafen du lernst zu sterben warum laberst du dann ich dachte die runde wäre vorbei nein das leben wir noch er lebt noch ich ich bin hier im kleinen haus beim trader rum eingesperrt nur mal so wie ach so das leben noch mehr als das noch chance auf rettung clorax es ist es ist es ist es ist es ist es ist du nein road road hat mich eben nils erschossen unschuldigen zu können bitte endlich einer helfen ja ich komm ich gehe einer rauchen fickt euch alle ja du bist so ein dreckiger bastard da knallt der mich ab hallo helfen wir doch einer sehr witzig ich habe gerade gesehen wie der road weggeflogen ist und ich weiß dass du da drin stehst in dem haus also komm aus dem haus raus da los fick dich Scheiß Camper Du hast keine Chance gegen einen Sniper, der bei Battlefield 3250 Meter Held vollkramt hat Oh Alter, ich hab immer diesen Bug, ich muss immer disconnecten Alter ey, ohne Witz Hättest du so auf Roach geschworen? Ich auch Warum hab ich dich auch gleich abgeschossen, es tut mir so leid hier zum Nachhinein Ich hätte schwören können, dass es Roach Jetzt haben wir glaube ich zwei Crater, weil so viele da sind Also ihr könnt mir wie immer Ne, da sind gar nicht mehr viele drin Aber gut Sechs Stück Bei sechs Leuten kommen auch zwei Trader Eigentlich Nur zwei Warten wir grad auch zwei? Bei sechs, ja, aber jetzt ist da noch einer drin, Midnight Club Also Ihr könnt mir wie immer vollkommen vertrauen, denn ich bin innocent Hallo Hallo Wer ist denn da? Hallo Ich bin so schlecht Was? Oh hier ist es, hau Nope Setze Ich sag schon, wer mein Nachbar ist Boah, Alter Die Leute reden hier drüber, ey Ich hab nur 50% Hells, da hab ich runtergefallen, denn ich bin nur blöd Aua Wer war das? Wer war das? Alter, wie viele hier sind Und der Roach ist afghan Da hieß es ja Roach, immer vor Aua Aua, ich bin Ey, da snipet einer Gehört? Wo, wo, wo? Ja, irgendwo bei dir, glaub ich Ja, ich hab den schon dran Duosim ist auf dem Turm Ja, toll Aber ich bin inno Achso, ne, da mitten halt Der Dete hat aber gesniped Das ist voll scheiße, dass wir noch andere Leute da haben Dete randomt Ey, hab den mal Ja, der hat gerendert Sicher? Ja, sicher Achso, ähm Ich wollte euch mal kurz sagen Ich hab meinem Kumpel Der hat trotzdem gerendert Ich hab meinem Kumpel die Frage gestellt, ja Er hat sie richtig beantwortet Wieso, ey, wird Wenn ihr stirbt, wird euer Bildschirm auch so milchig? Nein Ich, bei mir ist das die ganze Zeit, ey Ich kann auslaufen Ich weiß nur, wenn ich strafe an mir Voll, ich bin runtergefallen Also, jetzt war Spaß beiseite Ich war trotzdem great, aber mit der hat trotzdem gerendert Der hat auch vorher irgendeinen anderen abgeknallt Ja, der wollte die Jusim abknallen Bastard War Midnight, ne? Der ist eh wieder runter, Gott sei Dank Ja, der ist raus So, wieder da Tschüss vor uns Was hab ich verpasst? Random auch Da war einer drin, der hat gerendert Aber er ist wieder raus Also, der hatte kurz seinen Spaß, sozusagen Oh, ich bin Detective Auftrag ausgeführt Okay, das ist nur Rutsch, der ist Deto Also, ich bin wie immer innocent Da hinten ist irgendwas explodiert Alter Ey, läuft Was passiert? Er hat eine Granate geworfen Direkt vor meinen Augen Der hat auch Spaß Er hat auch Spaß Er hat auch Spaß Er hat auch Spaß Ja, deswegen Aber ich sterben heute Alter Ja, ohne Witz, ich hab doch niemanden damit getroffen Ja und? War wirklich auch Spaß Du hast einen geworfen Also hab ich dich abgekleidet Nein Aber Spaß kann ernst werden in hier Er hat es heute zehn Jahre Besonders, wenn ich dabei bin Er ist immer noch traurig Er ist schwarz Die 70er waren hart für Tim Er war schwarz Ey Ey Nein, du Huren Hätte er jetzt meine Assault-Würfe weggenommen und hätte ihn gekillt Das ist bis zur Huren-Würfe Du die Scheiße Ich verliere Okay, ich bin in Ich bin in Und ich lass Screenshot hoch Warte, wer hat die Wer hat die geworfen, die Granate? Ey, das kam von hinten Gib zu Das war Clurex? Nein, ich weiß nicht Das kam von hinten Das kam von hinten ohne Wichs Nein Hinten ist aber niemand Ja Ich hab Angst vor Nils Der hat grad so auf mich gezieht Ja, ich hab auch Angst vor Nils Ich stand allein im Dunkeln Der Typ, der How are you Kannst du mal killen Der ist afkar